Heute geht es, mega praktisch, dass es hier gerade angeschrieben ist, um die Young Noor Ringleuchten, die neue JN508. Das ist eine, die trennbar ist und sprich, sie können auch wirklich abeinander nehmen und haben dann zwei Halbmünder sozusagen. Und dort muss jeder Halbmünder quasi mit einem Akku oder einem Netzteil versehen sein. Ich schalte diese mal ein und jetzt, wie wir ja so ehrlich sind und auch immer bei unseren Produkten testen, schaut mal in meine Brüllen. Also ich sehe es jetzt auf dem Display, ich sehe, dass die Brüllen eigentlich, das sind irgendwelche Zeissgläser mit so einer bläulichen Entspiegelung drin, die anscheinend gegen irgendwelche Display- oder LCD-Strahlen sind. Jetzt sind sie wieder weg. Also, ich schaue jetzt mal, ob wenn ich da irgendwie mit der, ja das ist, das geht eigentlich nie weg, das bleibt da. Ähm, ich schaue es jetzt mal schnell wechseln. Konventionelle Brüllen. Und seht ihr, jetzt habt ihr einfach nur die weissen Lichter da in der Brüllen drin, aber ich sage jetzt mal, die Problematik mit der Brüllen und dem Ringwicht ist sicher nicht zu unterschätzen. Darum mache ich jetzt das Video halb blind. Nein, nicht halb blind. Ich sehe schon noch etwas. Ähm, ohne Brüllen. Man sieht ja in den Augen rein, seht ihr schön, oder? Das Ringli. Und einfach mal schnell zu zeigen, was so etwas passiert, wenn ihr, ähm, ähm, die Farben verändern. Ähm, es verändert sich natürlich. Der ganze Hautton verändert sich natürlich auch. Also, ist für mich ein gutes Licht für Leute, die YouTube-Videos machen, die, ähm, sich selber filmen wollen. Weil ich sehe mich ja jetzt gerade selber im, das wird mit einem Handy, mit einem Samsung aufzeichnet. Und damit mit einem Lavalier von, von Rotheboja, wie sie auch immer heissen. Ähm, und da haben wir, ich finde das relativ noch cool, weil du, weil du, du kannst auch etwas weggehen. Ähm, es gibt, es gibt wirklich ein gutes Licht. Und, und es ist schnell aufgebaut. Es steht auf einem kleinen Stativli. Ist auf einer guten Höhe, wenn ihr es natürlich auf dem Tisch habt. Da gibt's von der, von der Sunway-Foto so ein Tischstativ mit einem, äh, so einem Auszug, wo, wo man es drauf tun kann. Dort habt ihr, habt ihr nachher auch die gute Höhe. Und, ich finde es total, irgendwie, auch entspannend, so da dreizureden, weil es ist irgendwie, wie, schwarz ist mit dir selber. Und, in dem Sinne, also wirklich, wenn ihr so YouTube-Videos macht, dann ist das wirklich etwas, was ihr euch definitiv mal anschauen müsstet. Stromversorgung von diesem Teil. Weil, ihr habt immer die Möglichkeit, entweder mit zwei Akkus oder mit zwei Netzteilen zu arbeiten, weil es ja trennbar ist, braucht man zwei, entweder Akku oder Netzteile. Ähm, wird keines mitgeliefert, weil wir haben ja immer bei diesen Produkten das Problem, also das Problem, die Herausforderung, es gibt sehr viele Leute, die haben schon von diesen MPF 79 irgendwie 20 Akkus zu Hause. Und, wenn man dann irgendwie ein Set macht, wo noch der Akku auch dabei wäre oder die Netzteile, dann hast du irgendwie nochmal zusätzlich und am Schluss hast du irgendwie, ich weiss nicht wieviel Akkus, darum kommt einfach nackt nur die Lampe ohne Netzteile, ohne Akku. Jetzt kommt immer wieder die Frage auf hoch oder quer. Wir haben hier schnell einen Aufbau gemacht und zwar kann man das ganz einfach lösen, indem man ein Stativ z.B. das MZ 240FP nimmt. Das hat oben einen demontierbaren Spigotanschluss. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist ein Spigotanschluss? Das ist das hier. Das ist so ein Zapfen. Und den könnt ihr dann quasi entweder oben rein oder auf der Seite montieren. Und jetzt haben wir es seitlich montiert. Dadurch, dass es nicht ganz so leicht ist, das Ringlicht, haben wir es unten noch mit einem weiteren Stativ etwas abgestützt, damit wir hier in der Waagerechte sind. Also man kann auch quer Format filmen, falls es für YouTube oder für deinen Kanal jetzt nötig ist. Es ist halt immer etwas basteln, aber das gehört auch dazu. Also in deinem Sinn, schönen Tag!